Dein Ruf eilt dir definitiv voraus. Du hast wie ein Löwe gekämpft. Danke. Krass, ich kann eigene Level erstellen! Hey Partner, ich bin's. Pass mal auf. Zip kam gestern Abend vorbei und hatte Schaum vor dem Mund wegen Eden Skate. Dass hier alle Tiere mit irgendwas verderben, das Bliss oder so heißt. Keine Ahnung. Ich weiß, der Kerl hat viel für dich gearbeitet. Aber jetzt überteilt er es mit seinen ganzen Verschwörung. Er hört einfach nicht auf. Er will, dass wir uns den Sieg verweigern und die Tiere freilassen. Hoffe, es geht ihm gut. Probier's aus! In dem Spiel kannst du deine eigenen Level erstellen. Ich werd's kaufen. Hab schon von dir gehört. Aber er hätte nicht gedacht, dass es die... Hey, kannst du mir aushelfen? Es sieht aus, als hätten die Peggy seinen Haufen Angels in den Keller gesperrt. Ich weiß nicht, wie viele sie da unten haben, aber ich geh nicht in ihre Nähe. Ich erschaffe uns die Angels im Keller vom Hals. Was immer du machst, mach weiter damit. Ich könnte das Spiel den ganzen Tag spielen. Ich könnte das Spiel den ganzen Tag spielen. Wohingelst取innen. Was immer du bist. Das Ich bin ein Wachstum. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich nie gespielt habe. Fuck! Ich weiß es nicht, dass das passiert! Ich lebe unpassbar!